Hey Leute, hier ist zum erneuten Male, das EA Zocker. Ja, und wie viele Aufnahmen ist es jetzt schon, Nils? Boah, keine Ahle, ich bin schon im zweistelligen Bereich. Auf alle Fälle, naja, so wie ihr, denke ich, ja mitkriegt, tut's nur nicht alles. Wir haben extreme Probleme mit dem Sound, und mich verreckt hier schon wieder. Geh sterben da hinten, du kleine Möse, Alter, du kleine... Boah, wie der Torhüter. Ähm, es kann gut sein, dass man mich mal atmen hört, und ich sterbe schon wieder. Ähm, ja, was gibt's zu erzählen? Gespielt wird gerade die Map hijacked. Ich spiel mit einer MP7, nebenbei noch eine Sniperwaffe, MP7, Sniper. Ähm, ja, mit was spielst du? Ähm, mit der Evo, aber ab und zu auch mal mit der PDW. Und ich werde dir von Schrot finden, Typen, Decke, Ballade. Okay, ähm, ja. Okay, was gibt's denn erstmal für ein Thema? Also, wir sind erstmal neu in dem Geschäft, deswegen auch die ganzen technischen Schwierigkeiten. wenn man's denn so nennen darf. Ähm, ja. Boah. Solltet ihr irgendwas zu bemängeln haben, dann könnt ihr das gerne mit reinschreiben, weil es kann sein, dass der Spielsound zu leise ist. Ich hab's noch nicht ganz geschafft, ihn richtig einzustellen, dass man noch genug vom Gameplay hört und gleichzeitig unsere Stimmen laut genug. So, dann hätten wir noch das Problem, dass es sein kann, dass... Ich schon wieder sterbe, Alter. Was hab ich jetzt schon für eine KD? 06. Ah, was ist da los? Ähm, was wollt' ich jetzt sagen? Ähm, dann kann's natürlich auch genauso gut gleichzeitig noch sein, dass... äh, ähm, meine Stimme ab und zu mal recht leise wird. Dann liegt's daran, dass der Spielsound so laut ist, dass es einfach mein... Hier war da ein Feind, hier war ein Feind, hier war ein Feind, da war ein Feind, da ist ein Feind. Ah, nein, ich hab ihn nicht getroffen! Ah, nein! Ähm, dann liegt's daran, dass einfach nur der Spielsound mein Headset unterdrückt und... ja, mich halt leise regelt. Nichtsdestotrotz hindert mich das natürlich nicht am spielen und du gehst jetzt sterben an. Oh. What the fuck? Ne, jetzt die Runde ist jetzt schon scheiße. Ich weiß, ich hab ja gesagt, dass Dantan und die gehen, weil ja nur Prestigetypen sind. Tja, Fehlzeit haben wir nicht, deswegen, egal wie scheiße das Gameplay wird, oder was heißt, Fehlzeit haben wir nicht, Fehlzeit hab ich nicht. Warum? Nebenjob. Ja. Nichts besonderes. Kackjob. Keine Lust mehr. Jo, auf alle Fälle. Also die Typ nicht so die Kackjobs. Die Kackjobs sind auch überall. Geh sterben, Alter, geh sterben, geh... Oh! Das ist unglaublich, Alter. Ich hab grad den Schrotzwindel von den Offenommen, ja, die hat Gold. Ich geh nur noch sterben. Da springt so ne kleine Hure runter. Ach, fuck, Alter. Ach so, ja, und... Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn wir ein bisschen... Ja, rutsch, du fette Sau. Ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man ein bisschen beleidigend drüber kommt, oder so. Ähm, Standard. Das ist total sch... Wir versuchen es von nur drücken. Wir versuchen es, wir werden es aber nicht schaffen. Es ist unmöglich, also nicht beim Zocken, nicht aufzuregen, du Schlamm. Du, 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 mh... Schütz! Ach, du liebes Mädchen, du, mh... Ich mein natürlich, du böses Mädchen. Och, jetzt bin ich schon wieder tot. Ach, ey, schütz, glaub ich. Sag mal, jetzt krieg ich ja die nächste Schottladung ab, ey. Die Typen regen morf? Drohne nähert sich. Schattete runter! So, Drohne nähert sich, mir ist es scheißegal. Abschluss bestätigt. Ach, nein. Och, Mann. Naja, ich hoffe doch, dass die nächsten Gameplays echt besser werden. Man merkt jetzt erstmal, wie schwierig es überhaupt ist, gleichzeitig zu reden und nebenbei noch zu spielen. Und... Ja, 8.15. Schon nicht schlecht. Wie soll ich dann eine Killstreak hinkriegen? YOLO und so. Boah! Genau, hast du überlebt. Was? Hast du überlebt? Ja, ich war in dem Hauptsitzender. Ja, ich war genau hinter der du bist rausgesprungen. Ich war da nach oben, ich bin verreckt. Dumbdu, Dumbdu... Dumbdu... Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm. Nein, 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 nein das haut er noch ab. Alter, ich glaub's nicht, ich wollte ihn noch besser... Peinlich und sowas nehm ich auf. Ja... Wurscht. Hm... Was gibt's sonst noch zu erzählen jetzt? Ich nehme aber nur mal die Waffen für den Typen auf. Warum? Wenn die geproben sind, wenn die verpröben sind. Naja, wer weiß, wie lange die da ratschen spielen. Ach nein, das ist nicht dein Ernst. Ja, es haut in mir. Wie gesagt, ich hoffe, es passt. Ich hoffe wirklich, es haut hin. Ich kann es nicht versprechen. Es kann sein, dass ich lauter bin. Es kann sein, dass Nils lauter ist. Nichts ist unmöglich. Boah, Alter. Bei uns ist nichts unmöglich. Nee, das will ich. Bei mir leckt es irgendwie gerade fett. Nee, bei mir nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade eine 13, 18 habe, glaube ich. Ich damit GAR nicht zufrieden bin und du kleines... Ja, ähm... Nein, wollte ich messern. Regelmäßig werdet ihr von uns wohl eher keine Videos? Naja, wobei... Was heißt regelmäßig? Also auf alle Fälle wöchentlich. Eins, zwei, drei Stück werden auf alle Fälle kommen. Ha, das ist meine Elfmine. Noob. Tja, Nils, erzähl doch mal was von dir. Ich werde wahrscheinlich bald weg sein, weil meine Verbindung krasst für Kacke ist. Nein, das hoffe ich nicht. Ich brauch dich. Hier und allein mit den ganzen voll... ...total liebnetten Leuten und so... ...die mir mal voll... ...inschmacken können. Ich seh kein mehr... Oh, da, 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 da. Ich hab's gesehen. Oh, oh. Oh, na, Alter, die hätte ich rot finden, Licks, Alter. Ich gesehen hab, ich... Alter. Alter, Falber. Ähm... Konzentration ist angesagt. Ich sterbe schon, bitte, Alter. Ich... Ey, ich krieg nichts hin. Ey, normalerweise hab ich so eine KD von 100 zu 200 und so und dann... ...wenn's ja nur so wäre. Oder mal, um ein Thema anzusprechen, hast du gestern Allotrix seinen Livestream geguckt? Livestream, ne? Ja, der hat gestern gestreamt. Naja, jedenfalls voll lustig. Halb zwölbe am Abend dann kam die Mutter rein, weil er rumgeschrien hat... ...Freundchen! Jetzt ist auch mal ruhig! Oh nein, bin ich der letzte... ...nein bin ich nicht. Super. Dann hab ich gedacht... Ähm, ist die Runde jetzt zu Ende? Ja, sie wollte jetzt zu Ende sein. Mit einem 14, 25 schließ' ich ab, mit einem... ...weinen? Mit einem 14, 20 schließ' ich ab, ja. Mach's los! Ich verlasse, weil... Ich verstehe dich so gut wie gar nicht mehr. Das ist so so... Und... ... mein Spiel läuft auch nicht flüssig, da ist immer dieses hessliche Symbol da unten. Okay... Ja, dann verabschiede dich schon mal, weil... Ja, dann stoppen wir jetzt die Aufnahme. Ja, hat doch einen. Ich verabschiede mich auch und... Ja, man sieht sich und hört sich. Bis dann!